Geschätzte Angehörige vom Militärspiel Terek 4, ich möchte mich bei euch ganz herzlich für euren Einsatz in den vergangenen drei Wochen bedanken. Es war eine tolle, lehrliche Zeit mit euch, mit erfolgreichen Saalkonzerten, erfolgreichen Auftritten und mit toller Kameradschaft. Ich bin stolz, dass ich Kommandant von diesem Spiel sein darf und freue mich, auch nächstes Jahr wieder mit euch zusammenzuarbeiten. Merci vielmals!